nur dass ich bei World of Warships zumindest das Geld mehr hatte Ich hatte nur die Vorschriften Die hatte ich ja nicht Halten Sie sich bereit Was haben wir denn da? Oh, ist ein Top Tier Unser Gegner Rotte ist bei der Stufe 4 Gefällt mir Ein Bomber und ein schweren Jäger Mann, BF-110C Links oder rechts? Such's dir aus Nee egal, das ist gleich weit weg Dann komme ich mit zu dir auf die linke Seite Ok Ich glaube ich bin ein bisschen schneller Ach Quatsch Ich habe ja extra zwei Motoren dabei Du hast den großen genommen Ja Um mal zu schauen was da passiert Ja, Reisegeschwindigkeit 480 Ja, fliegt knapp 100 mehr als ich Ja Ich benutze aber noch keinen Boost Ich bin ohne Boost bei 370 Jetzt booste ich mal ganz kurz und bin knapp aber Direkt auf 540 hoch Mit Boost komme ich auf 500 Aber so ein extra Motor alles ausmacht Ach, Flugabwehr gehe ich mir nicht auf den Sack Ich habe tunerweise keine einzige Bombe dabei Ah, guck mal Guck mal, da ist auch schon die 100 C Keine Luftabwehr Keine Luftabwehr Oh, sehr geil Ich habe übrigens die P40, die hier rumfliegt fast mit einer... mit einem Einflug rausgenommen Ja, das Ding was du fliegst ist ja auch eklig Ja, vor allem ist der Vorgänger voll sehr eklig Und ich bewege mich im Kurvenkampf genauso wie die P40 als Jäger Ach, jetzt hat er den Flügel Ups Jetzt hat er mich auf den Kill Der Gegner kontrolliert alle wichtigen Objekte Das müssen wir ändern Was haben wir gerade gemacht? Nicht so viel wie wir Deswegen wundert mich das ja Ich meine, ich glaube mittlerweile rausgefunden zu haben Wenn jemand da Eroberungspunkte gesammelt hat in... an einem Sektor Wenn du den abschießt, dann werden seine Eroberungspunkte zumindest gesettet Ich habe irgendwen am Arsch Ja, das müsste die P40 sein Die drei Helfballs, die ich noch übrig gelassen habe Nee, das ist eine XP36 Ah, dann ist die P40 mittlerweile wieder runtergeholt Hä, was denn du schon wieder? Ah, da ist die P40 Toll Okay Die P40 hat mich jetzt getötet Heute eigentlich dein letzter Tag, wo du noch spielen kannst? Äh, was? Also, ob du morgen und so auch noch Zeit hast oder nur noch heute? Ähm, morgen werde ich wahrscheinlich nicht spielen, wenn dann vormittags Aber da weiß ich nicht, ob ich stream Mhm Donnerstag und Freitag werde ich wieder streamen Ah, okay Und nächsten Mittwoch Äh, nächsten Mittwoch werde ich dann glaube ich auch streamen abends Alles klar Ja Top Tier und ich Äh, äh Ich hab schon den zweiten Abschussinterview Ich hab immerhin schon einen Luftverteidiger rausgenommen Und einen anderen Das verspricht viel, äh, viel versprechend zu werden am Donnerstag Wer geht mir denn jetzt schon wieder auf den Sack? Die XP-96F Och, Mann Ich schau mal das in was Ich hab jetzt schon wieder den ekligen Wenderadius Ja, das ist ein Jäger Jetzt hat er sich weggedreht Ja, jetzt hat er verloren Ja Das ist ja das Schöne an dem Multi-Roll Die machen gut Damage Ja, und der Nicht so viel wie die schweren, was? Wie kommt Oh, ich bin sogar Was? Krangkampfgruppe 3 Kranggruppe, ich bin Gruppe 2 Wo war das Team? Also, abgesehen vom ersten Das ist echt so Das ist echt so